Das ist eine Rowbox. Und das ist eine Snackbox. Bei uns dreht sich alles um Boxen. Hier sieht man das Innenleben einer Feedbox. Das ist eine Routebox. Und das wird eine T-Box. Äh, das wird eine T-Box. Bereit für unsere Leerbox? Das ist keine Box, macht aber trotzdem Spaß. Hier steht die Kabelbox in unserer Thinkbox und die ist gleich neben der Kickbox. Zeit für einen Boxenstopp. Oder unsere B-Box. Außerdem gibt es noch unsere Breakbox, Chatbox, Eisbox, Kaffeebox, Redebox, Newsbox, Lunchbox und Drinkbox. Na, hast du Box, äh Bock, die Automation von morgen mit uns zu gestalten? Dann bewirb dich jetzt als Azubi für einen unserer spannenden Ausbildungsberufe und werde Teil unseres Teams.